So meine lieben Farqua4-Freunde, da sind wir zurück zu einer weiteren Folge und zwar hatten wir ja letztes Mal gesagt gehabt, wir überstehen die nächste Nacht, aber dann habe ich mir selber gedacht, komm wir machen noch schnell vorher eine Upgrade-Aufgabe, ja, doch mit dir und dann werden wir die nächste Nacht überstehen, würde ich mir sagen. Oder ist es jetzt schon zu spät, oh, oh, das sehen wir ja gleich, na gut, ist egal, dann machen wir erstmal irgendwas anderes, äh, ne doch nicht, da ist es ja wieder, ich dachte gerade, das wäre weg jetzt gewesen, so, okay, was war das jetzt hier, genau, unten habe ich mir gedacht, komm wir holen uns auch eine Westseitenbefestigungs-Upgrade, das wollte ich eigentlich auch auf jeden Fall noch ganz gerne haben, das Wienfeld hier und auf jeden Fall das hier, aber wir machen erstmal nur das und dann können wir die nächste Nacht überstehen, genau, so machen wir es, also, Wegpunkt setzen und dann mal los mit dir, hopp, hopp, ja, 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 langsam, langsam, ist das schön, hä, was ist das denn, naja, ähm, oh, 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 warte, 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 falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, ja schön, ach, kacke, warte, 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 warte Was ist das denn? Das war's denn. Das war ja nicht die jetzt, oder? Na, ist egal. Wir sind sowieso gleich da. Oh, ein seltener Rotund. Oh, 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 oh. Oh. Da nehmen wir auf jeden Fall mal das hier. Guck mal. Ja, okay. Ein Lego nur heute. Ja, machen wir. Wo er ist. Beziehungsweise, wie kommen wir jetzt am besten hier runter? Hier lang, komm. Ähm. Erstmal holen wir hier vor nochmal. Wo ist das Blatt? Komm mal, ja. Ja, danke schön. Das hier auch. Und das da auch noch. Dann haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen was. Was? Sehr schön. Aber jetzt gehen wir mal hier an. Oh, Kacke. Oh, oh, oh. Lass mich hier einruhen. Lass mich hier einruhen. Alter, habt ihr so alle? Nee, nee, nee. Alter, du hast da echt nicht mehr alle, ne? Wo bist du? Ne? Was willst du, ne? Du Lappen, Alter. So, guck mal her. Bis dran. Jo, da erschreckt nämlich auf einmal so. Das ist ja echt, ey. Toll, das ist wahrscheinlich eigentlich das, was wir gesammelt haben am grünen Kraut. Oh, grünen Kraut ist schon wieder weg. Grüne Pflanzen, meine ich. Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Alter, lass echt, du bist echt mutig. Lass los. So, ich hoffe, der Hund ist jetzt nicht weg. So. Der ist wahrscheinlich weg, ne? Hundili. Hund. Hund. Äh, okay. Ja, komm, ich will doch mal wissen, was hätten wir denn dafür gekriegt? Rotund. Rotund. Hätten wir überhaupt schon irgendwas herstellen können? Ach, Wurfgeschoss-Tasche. Och. Ja, gut, okay. Hätten wir ein paar Granaten mehr herung tragen können, aber... Och. So tragen ich das jetzt aber auch nicht. Ich hab schon gedacht, das wäre was Wichtigeres. Aber Hundi ist weg, ne? Hundi ist weg, ja. Gut. Dann gehen wir jetzt das so hoch. Bisschen blöden Schwein da. Wo kommen wir jetzt am besten lang? Wir müssen hier lang. Unser Schneemobil, nee, brauchen wir nicht unbedingt. Die letzten paar Meter können wir laufen. Ja. So, das kommt mir ja. Äh, das ist ein bisschen da. Ah, so, so komisch ist ja. Ja, ja. So, ist gar keiner, nee, oder was? Äh, ja. Erst mal, wenn wir hier so ein bisschen ein, wenn es was gibt. So, mal hier. Nee, die brauche ich nicht. So, pass mal auf. Ähm, Kiste? Ja, so die Kiste. So, dann nehmen wir... Ach, du bist da so ein... So, alter Junge. Hä? Bist du. Ähm. Komm her. Äh. Äh. Machen wir doch glatt. Ah. So. Takili, wo bist du? Äh. Das ist jetzt... Da hoch, ne? Ach, gut, dass hier rein zufällig ein Auto steht, ne? So. Dann war los hier. Aber... Oh, ich könnte irgendwas herstellen. Was denn, was denn, was denn, was denn? Ähm. Weltbeutel. Aha. Nehmen wir das mal. Weltbeutel. Ja. Drei Schneeleopardenfel. Ähm. Jetzt braucht es ja finde ich noch irgendwas. Hm. Versionsbeutel. Ach, Nebelpaden. Ach. Ja. Mal so. Fünf. Ach, klar. Aber es ist... Ja, gut, okay. Haben wir wieder ein bisschen was. So. Was weiter? Gibt es eigentlich keine Radio? Ne. Gut. Dann kriegt kein Radio. Äh. Gleich dir? Gott. Ein Arsch. Ach, komm her, los. Das ist das Fall. Oh. Äh. Wo bist du denn? Erstmal hier, schnell heilen, 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 heilen. Ach, komm schon. Stirb jetzt. Äh, schon wieder. Ach, kacke. Ach, da ist noch einer. Auch tot. So. Ach, ja, heil nicht schnell. Komm, komm, komm. Da kommen wir noch mehr. Ja. So bist du. Auch tot. Wow. Alter Schwede. Und jetzt schnell heilen. Ja, ja, ja. Und jetzt sagen wir mal schnell die Kisten hier ein. Komm. Äh, hier war nämlich auch noch einer. Möchte ich. Schon ganz gern haben. Ja. Oh, Honiglachsfell. Das braucht man auch, ne? Wunderbar, wunderbar. Zieh rein. Och. Ähm, Kiste, Kiste, Kiste. Dann nochmal mal Kiste. Genau mit. Ich glaube natürlich auch gleich ab. Versteht sich. So. Ja, das ist ja richtig was hier, ne? Das ist ja manchmal wenig. Auch mit. Ist es denn überhaupt irgendwas, was wir brauchen? Ach, die ist das, ne? Können wir irgendwas tauschen mal eben gerade? Ja. Tauschen wir einfach mal gegen die. Die ist nämlich nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch eine Kiste. Kiste. Sehr schön. Auch sehr schön. Guck mal, ja. Auch durchsuchen. Oh, ey. Gibt's ja richtig was. Das ist ja. Auch durchsuchen. Wir haben auch noch irgendwo welche rum, oder? Das war alles schon wieder. Die haben wir noch nicht. Bei Kohle müssen wir alles mit, weil wir brauchen echt die Kohle. So. Noch irgendeiner am Linken hier? Irgendeiner ohne Fahrschein? Ne? So, pass mal auf. Hier kommen wir jetzt. Oh, ne Kiste. Ja. Moment. 13.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal schnell hier hoch. Ich gehe aber nicht zu weit weg. Ja, ja, ja. Ach, da. Hab' ich gerade nicht gesehen gerade. So schnell hoch mit dir. Komm. Wir haben nämlich auch einen erledigt. Oh, hab' ich wieder schon. Ähm. Nein, ich will meinen Luft wieder haben. Ne, ich will dich abkrabbeln. Jetzt. So, hier war noch irgendwas. Ach, hier liegt doch was. Ich bin nicht zu weit weg. Nicht, dass auf einmal hier die Mission irgendwie viel schlägt. Das wollen wir schließlich nicht. So, was haben wir denn jetzt da? Willkommen. Ich sage, wir schnappen unseren Truck hier. Vorher mussten wir unsere Ausrüstung und unsere neue noch aus. Und dann geht's auch schon ab. Äh. Ich will auch schon wieder irgendwas. So. Ja, komm. Was können wir denn herstellen? Sehr schön. Wunderbar. Was können wir noch? Den ja. Geldbeutel. Das war's schon. Bin ich mir. Gut. Ähm. Das ist auf jeden Fall gut. Ausheimt, ja. Hammer. Karte. Na, ist ja gar nicht weit, oder? Ach komm, das geht schnell. Gehen wir mal hier um. Ach so, Händler ist das. Nee, der Verkauf er gleich bei uns zu Hause kommt, ist gut, ey. Warum wir nicht hier jetzt machen? So. So, gleich da. Oh, wo ist denn einer? Der, was vergeht das hier? Äh. Wo seid ihr denn? Hä? Wo seid ihr denn? Ich sehe so. Ach so. Da. Na, ist mir jetzt auch egal. Komm. Oh, weg hier. Nee, nee, nee. Da gehen wir lieber erstmal. Komm. Schnell, 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 schnell. Schnell nach Hause. Schnell nach Hause. Ach, hier ist das. Oh, ich hab schon gedacht, aber ich fahr jetzt falsch. Schnell weg. Schnell weg. Tack, tack. Oh, gut, okay. Das Westeiten-Befestigungs-Upgrade enthält strategisch platzierte Barrikaden, die den Zugang der Jünger zur Relaisstation versperren und ihre Angriffe verlangsamen. Diese Befestigungen, die erbieten Deckung und gute Aussichtspunkte für die Verteidigung der Relaisstation. Einige der Barrikaden sind zerstörbar und stoppen den Vormarsch der Jünger nur kurzfristig. So, haben wir also raus. Gut, haben wir auch schon mal. Und einsammeln. Unsere Fähigkeiten. Wo sind sie? Hier. Vier Stück haben wir jetzt. So, was war auf jeden Fall gut. Der kostet überlegende Konditionen. Okay, der kostet vier und der kostet auch vier. Was übernehmen wir denn? Überlegende Konditionen. Sechs. Was war das hier? Ja, lass mal auf. Kameräusche brauchen wir ja nicht, ne? Komm, wir nehmen den hier. Der ist auf jeden Fall eine lohnende Investition. Und danach sparen wir mal auf den hier. Jigitt, 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 jigitt. So, da unten. So, schön. Den wollte ich gerne, ne? War kein Ding. So, jetzt mal rein hier. Was ist los? Achso, stimmt. Dann muss ich ja schlafen gehen. So war das. So. Kaufen, verkaufen. Oh, ja. Ah, und zwei. Die Befestigung. Erstmal verkaufen. Das hier können wir auf jeden Fall. Hm. Okay. Gut. Was? Finde immer noch welche? Was? Na ja, gut. Okay. So. Ich hoffe auch alles. Zwei neue Waffen. Wo haben wir es jetzt hier? Hm. Äh, wüsste ich jetzt. Warte mal. Wo haben wir es denn jetzt stehen? Südlicher Tierkäfig? Nämlich nicht. Sionskisten. Okay. Achso, geht's auch, ne? Wo ist das denn? Diese. Westliche. Westliches Wienfeld. Westlich. Achso. Ja, habe ich ja schon. Achso. Wie ich dachte, ich müsste es jetzt noch kaufen. Aber dann ist ja schön. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch hier? Mhm. Das. Äh. Südkisten. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mal. Klar. Das ist auf jeden Fall nun eine Investition. Ja, ja, ja. Ich hoffe, das lebt sich auch wieder nach. Äh, sonst irgendwas hier? Gegenstände. Die nehmen wir auf jeden Fall mal. Seitenwaffen. Dann lassen wir die eigentlich erst mal ausgerüstet. Mission. Faustwaffen. Ja, also mal. Habe ich alles, ne? Ja, dann pass mal auf. Bevor wir jetzt mal schlafen gehen. Anni ist nachgeladen. Gut. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Was ist denn da für eine Waffe gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Hat ich nicht auch ein Scharfschützengewehr gehabt? Das müssen wir doch mal ausprobieren. Das müssen wir uns mal schon interessieren. Einzigartig. Ähm. Was kostet die überhaupt 300.000? Boah. Waffen. Hier irgendwelche. Mhm. A52 war die. Es gab auch ein Scharfschützengewehr. Gutes. Scharfschützengewehr. Wo ist denn das? Das habe ich da auch benutzt in der Kampagne. Wo ist die denn? Ist das die hier? Mhm. Ich dachte, die war das. Ah. So. Kann ich auch nicht kaufen, ne? Ach, blöd. Schade. Ich dachte, ich schlappe mir noch ein Scharfschützengewehr jetzt mit dabei. Ich glaube, ich habe noch ein Scharfschützengewehr jetzt mit dabei. Ähm, dann kaufen wir halt Neuigkeit, Schaden, Reichweite. Ach, ich will aber irgendwas mit Scharfschützengewehr haben oder sowas. Hm. Ach komm, ist das auch egal. Was soll's. So, ähm. Dann. Hier gibt es nichts. Dann übernicht den. Was war's? So. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt ja. Entschuldigung.